Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial, in dem ich Ihnen erkläre, wie Sie das Frontend sowie auch das Backend von FragJetzt auf Ihrem Linux Computer starten können. Ich befinde mich hier auf einem neu installierten Linux Ubuntu System. Zunächst überprüfe ich, ob Git bereits installiert ist. Dazu öffne ich das Terminal mit einem Rechtsklick auf den Desktop und gebe den Befehl Git ein. Hier sehen wir nun, dass Git auf meinem System noch nicht installiert ist. Allerdings wird uns hier vorgeschlagen, mit dem Befehl sudo apt install git zu installieren. Wenn wir nun den Befehl git eingeben, sehen wir die Übersicht der ganzen Git-Befehle. Nun können wir fortfahren mit dem Klonen des Repos von FragJetzt. Dazu starten wir einen Webbrowser unserer Wahl und rufen die Adresse git.thm.de auf. Nun wählen wir uns hier oben rechts auf Sign-In in unseren THM-Zugangsdaten ein. Als nächstes klicken wir oben rechts auf unser Profil und gehen in die Einstellungen. Nun klicken wir hier links auf SSH-Keys, um erstmal einen SSH-Schlüssel auf unserem System zu generieren. Hier finden wir die Anleitung zum Erstellen eines SSH-Schlüssels auf unserem Linux Computer. Dazu starten wir wieder das Terminal und geben dort den Befehl wie hier gezeigt in der Anleitung ein. In dem Bereich Comment können wir nun einen Kommentar für unser Gerät festlegen. Wir können noch auswählen, wo der Schlüssel gespeichert werden soll. Da drücke ich einfach Enter, um die Standardeinstellungen zu verwenden. Und wir können eine Passphrase erstellen. Ich drücke auch einfach Enter. Nun wurde der Schlüssel erfolgreich erstellt. Um unseren Public-Schlüssel zu finden, gehen wir in unser persönliches Profil bzw. unseren persönlichen Ordner. Dort müssen wir nun die versteckten Dateien anzeigen. Jetzt sehen wir den Ordner .ssh. Hier öffnen wir die .pub-Datei mit einem beliebigen Texteditor. Und hier sehen wir nun unseren Public-Key. Diesen kopieren wir und fügen den in den Textfeld auf GitLab ein. Nun sind wir bereit, das Repo von FragJetzt auf unser System zu klonen. Dazu klicken wir auf den Button Clone und kopieren uns den SSH-Link raus. Im Terminal geben wir ein Git-Clone und fügen den kopierten Link dahinter ein. Nun wird das Git-Repo auf unseren Desktop geklont. Für das Backend müssen wir ein weiteres Repo klonen, welches wir hier unten verlinkt finden. Nun brauchen wir Docker sowie Docker-Compose. Um zu beprüfen, ob wir Docker bereits installiert haben, geben wir den Befehl Docker ein. Wie auch bei Git konnte der Befehl Docker nicht gefunden werden und wir kriegen vorgeschlagen, Docker mit sudo apt installdocker.io zu installieren. Sobald das fertig ist, machen wir dasselbe auch mit docker-compose. Jetzt ist unser System bereit, um die Docker-Container vom Frontend und vom Backend zu starten. Um das Backend zu starten, gehen wir in den Ordner Frag.jetzt-docker-orchestration und führen die Befehle wie ein Repo beschrieben aus. Mit den Parametern können wir einstellen, beispielsweise, dass das Frontend nicht über das Backend gestartet werden soll. In dem Fall machen wir das, da wir das Frontend getrennt vom Backend starten, um Änderungen im Frontend vorzunehmen. Nachdem wir die Befehle ausgeführt haben, können wir den Container mittels docker-compose-up starten. Um Fehler zu vermeiden, gebe ich vor dem Befehl sudo ein, um den Befehl mit Super-User-Rechten auszuführen. Nun fährt das Backend von Frag.jetzt auf unserem System lokal hoch. Dieser Vorgang kann lange dauern. An dieser Stelle können wir aber fortfahren mit dem Starten des Frontends. Genauso wie in dem Repo des Backends gibt es auch in dem Frontend-Repo Befehle, die wir vor dem Starten des Docker-Containers ausführen müssen. Sind diese ausgeführt, können wir das Frontend ebenso mit Docker-Compose-up starten. Dieser Vorgang kann ebenfalls sehr lange dauern. Seien Sie nicht verunsichert, falls über längere Zeit keine neue Meldung im Terminal erscheint. Sobald das Hochfahren des Frontends fertig ist, bekommen wir die Meldung Compiled successfully. Das Frontend von Frag.jetzt ist nun lokal auf localhost.4200 erreichbar. Das Ganze können wir testen, indem wir im Browser diese Adresse aufrufen. Und um die Verbindung zum Backend zu testen, erstellen wir dort einen Testraum und schreiben auch eine Testfrage. Sollte nun alles bei Ihnen funktionieren, haben Sie Frag.jetzt erfolgreich auf Ihrem System installiert und können damit arbeiten. Sollte nun alles bearbeiten. Sollte noch weiter und machen Sie die Vorbereitung. Sollte nun den Unterschied des Vorgangs.jetzt nutzen Sie eine Bestes Love an Sollte die Frag.jetzt habe ich Ihnen eine Veränderung des Vorgangs.jetzt bekommen, Sollte unsere Werbung mit den Gemüter und das Werkzeug mit dem Sangchen.jetzt haben Sie damit